Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Left 4 Dead 2 beim dunklen Karneval bei der Parade der Untoten. Falls ihr im Hintergrund ein bisschen knuspern hört, Mausi hat gerade ein Putterfleisch. Ja, die meint gerade erstmal Abendessen zu müssen und das darf sie auch. So, hey, ich konnte wieder ins Spiel reintappen. Krasse Sache. Irgendwie hat es mir beim Spiel, glaube ich, die Grafikeinstellung verkackt. Oh nein. Ja. Warum seid ihr gerade komplett englisch? Sorry, Leute. Ich kann nicht über eine Grafikeinstellung reintappen. Okay. Oh, habe ich mir überhaupt einen Charakter ausgesucht? Ich weiß es nicht. Schallgedämpfte Maschinenpistole. Nein, nicht die Shotgun. Was ist denn eine Macke oder was? Okay, ist das richtig? Oh, jetzt sind sie wieder deutsch. Ich geh mal ein. Du bist bei mir Alice. Ich bin Alice? Ja, zumindest hörte sich das gerade so an. Also, der hat geredet und du warst neben mir. Nee, ich bin ein dicker Schwarzer. Also... Irgendwie kann ich gerade nicht richtig zielen. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Du bist einfach verwirrt. Das kann sein. Das kann sein. Boomerweil. Ich habe dich geschützt. Ich bin nützlich. Hallo. Oh, Boomerett. Ach ja, das sind Boomerettis. Ich erinnere mich. Hey. Was denn? Das war ungünstig. Was passiert? Ist irgendwo ein Smoker. Ist irgendwo ein Smoker. Wahrscheinlich irgendwo hier hinten im Gebüsch, damit man ihn nicht sieht. Auch im Gebüsch, damit man ihn nicht sieht. Die wollen nicht gesehen werden. Bis sie auch anzüchten. Äh, äh, ey. Hey, ich habe ihn. Und er ist sehr cool weggeflogen. Hier ist Moni. Der Smoker ist trotzdem noch irgendwo weg. Da hat ich gerade eine Zunge geflogen? Wo? Weiß ich nicht. Ich meinte, ich, ich, ich dachte, ich habe gerade eine Zunge gesehen, aber ich kann mich auch täuschen. Aber wir sehen hier ganz wenig Tommy. Die können auch geentrunken werden. Halt, wir haben unsere Zunge fest. Nein, heute nicht. Sind die auf das Schild gekommen? Ja. Äh, ich, ich, ich habe den Smoker geschützt. Ich habe ihn nicht gehört, aber... Hier ist eine Snipe. Eine Smoky? Was? Ach, ne, Snipe. Ja, Snipe. Oh ja, da ist er. Da hinten. Oh, lade nach! Er hat wieder einen Skin bei mir. Komisch. Boah, aua, der hat mich hier runtergezogen. Ich habe mir erst mal die Füße gebrochen. Es sind alles nur dieselben Pistolen, die wir hier haben, ne? Also, dieselben Waffen. Ich habe zwischendurch eine MP gefunden, die ist aber eigentlich gar nicht mal so gut. Äh, nee, keine MP. Eine MP ist ja das gerade, was wir haben. Hallo. Was du hast. Ey, lass mich mal rein. Hi. Hier ist eine zweite Pistole für dich. Zweite Pistole für dich. Oder kann Rochelle auch zwei? Jeder kann zwei. Oh. Oh, Chargé. Chargé und Spiter. Ne, ich kann ihn nur tauchen. Oh, fuck it. War ich das? Maybe. Ich glaube, ich bin heute nicht. Weiß Pipebomb. Aua. Da. Ah, hat sich nicht so wirklich gelohnt. Schade. Oh, Jockey. Hilfe. Hilfe. Ja, dann bin ich nicht tot. Ich werde dir auch Glück gehalten, weil er also die anderen rennt zu dir. Ja, die haben aber nicht geschossen. Die haben gar nichts getan. Oh, du bist. Die ganze Meute-Bombs. Ich habe... Wie? Wo? Was? Klar. Damit habe ich gerechnet. Anscheinend hast du eine Witch aufgesteckt. Ich stehe einfach auf und erschrecke... Und schreckt die Witch auf. Ich muss mir... Ich habe kein Medikit. Warum habe ich kein Medikit? Hast du ganz mitgenommen? Doch, habe ich. Also, ich bin der Überzeugung, dass ich es angeklickt habe. Bin ich dumm. Alter, ich bin nämlich schon grau. Also, das wäre jetzt nicht mehr lange gut gegangen. Ja, ich habe auch ein Adrenalin. So ist es nicht. Aber... Trotzdem. Boah. Ich glaube, so einen Scheißstart hatte ich noch nie. Also, du könntest dir die Pipe hier nehmen. Ja. Ah, ich habe die Boomer-Bile. Die ist eigentlich ganz nützlich, wenn der Tank gleich um die Ecke kommt. Dafür müssen wir da aber erstmal hoch. Hier ist... Ach, schon wieder ein Jockey. Oh, hier ist ein... Chargé? Medi. Chargé? Medikita? Ach, da war er. Oh! Und der Jockey. Kam aus ihm raus, irgendwie. Oh. Medikit... Ach, schon wieder die. Oh. Oh. Sexy. Yeah. Jetzt werde ich dieser Welt mittendan. Toll. Da unten, Luca. Naja. Ach, Junge, ernsthaft. Ich habe aber auch Pech. Was geht denn hier? Ja, natürlich. Hättest du das nicht gerade eben schon machen können? Sorry. Ja, du. Weiße, ich war gerade... Nein, ich habe doch gesagt, Entschuldigung. Ey, ich bin... Hättest du das nicht gehört, das kann ich nichts dafür. Ich habe das gehört. Das Problem war, ich hatte keine... Hunter irgendwo. Sollte es keine Hunter irgendwo? Au, toll. Ich dachte, da kommt der Hunter hoch und dann ist es einfach eine Boomerette. Ich schlage dich zu Tode. Ich habe ihn tatsächlich zu Tode geschlagen. Ja, das ist das Gute, wenn man die wirklich erwischen sollte. Hunter und Jockey sind mit einem Nahkampfangriff tot, aber meistens hüpfen die einen an, bevor man irgendwas machen kann. Ich habe vier gebraucht, aber er hat sich nicht aufrappeln können. Hier dann. So, du mit mir unten landest. Ja, okay. Ich habe Schmerzmittel von dick erhalten. Ja, danke, Nick. Oh ja. Ich bin ein bisschen verwundert. Normalerweise ist doch der Tank immer da in einem der Räume. Der kommt oftmals die Treppe hoch. Aber nicht immer. Hier ist... Ja, stell mal hin. Diese Abkürzung wollten wohl noch andere nehmen. Ach so, das ist dein... Ja, sei nicht so doof wie ich. Nimm das Medikid mit, genau. Halt, halt. Halt, halt. Hey, 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 hey. Okay, jetzt darfst du. Oh ja, das Lassung. Toll. Gut. Oh, Mann. So. Ja, ja. Chargé hat sich dir erstmal ausgepackt? Ja, Chargé meint sich flambieren zu müssen. Danke, dass du über den Kill gesteilt hast. Der wäre jetzt fast in meine Käptensäge reingeratet. Und du musstest dir erschießen. Der arme Charger. Der wollte doch... Der wollte doch zerteilt werden, der gute Kollege. Das hat er mir vorhin gesagt. Nein, ich habe ihn gerettet. Nein, er wollte zerteilt werden. Das war sein Wunschcode. Und du hast ihn den letzten Wunsch verwertet. Nein. Sein Wunsch war es, direkt zu sterben, so wie ein Charger sterben möchte. Ja, das ist deine Wahrheit. Über den Hügel. Ähm. Ich glaube, ich habe hier irgendwas Fanti... Oh, Fanti! Oh, naja. Gut. Muss mich nicht mehr interessieren, wo die Leiche liegt. So. Hello! Ich habe irgendwie den Anfang von der Map hier total vergessen. Ja? Ja. Ja, also... Als wir gespawnt sind und so, kam die Erinnerung... Hier, was ist denn mit dem Typen da unten? Ich habe keine Ahnung. Alice, kommst du mal? Alice hat keine Lust. Okay, okay. Okay, okay. Das geht wieder kraft. Ja. Aber bei mir genauso. Oh, wir sind da. Warte, lass mich erst mal heilen, bevor wir zumachen. Ja, genau, das denke ich mir auch. Ich muss mich verarsten. Gib mir mal einer der Herren-Dippe. Gib mir mal einer der Herren-Dippe. Warte, ich werde mal Alice noch verarschen. Das war jetzt unrußig. Ja, es ist egal. Ich werde das trotzdem machen, damit er sich nicht selber verarscht. Ey, das mit der Witch war trotzdem so. Hey, Mensch, guck mal. Ich bin die Witch. Ich fühle mich getriggert, weil der Typ aufsteht. Ja, die kannst du auch noch aufstehen. Wahrscheinlich hattest du eine Taschenlampe in der Hand. Nee, hatte ich nicht. Ich meine, die hatte ich bis vorhin, als wir da den Berg runtergerutscht sind, hatte ich die die ganze Zeit aus. Ach, Alice heißt sich schon selber. Scheiße. Hey, Alter, die Midnight Riders. Die Midnight Riders? Hey, die Midnight Riders. Hey, die Midnight Riders. Können die was? Hell yes. Hell yes. Die sind wieder Englisch, ne? Ja, es ist, also irgendwie mögen die es bilingual. Aber zumindest ist es, äh, ist es immer gleich bilingual. Weißt du, was ich meine? Ja. Nicht, dass du bei dir mal Deutsch, mal Englisch sprichst. Ja, genau. Zumindest sind wir, sind wir da gleich auf, was das angeht. So, jetzt werdet ihr gemessert. So, hier. CS-Go-Messer. Oh, ein Schneider. Oh, der war nicht ohne. Ah, hab ihn. Oh, Basie. Das ist mir lieber als das, als das CS-Go-Messer. Ja, ja. Handy, Handy. Ernsthaft, ich hab dir grad einen übergebraten. Man hat sogar das, äh, das Schlaggeräusch gehört und auf einmal sitzt er auf mir. Ja, Alice, alles klar. Also, heute ist irgendwie nicht mein Tag. Tabletten. Ich weiß nicht, was das hier ist. Gewinne. Nein, ich muss nachladen. Ich glaub, das ist einfach mal nicht, oder? Nee, ich glaub' er nicht. Außerdem glaub' ich, das sind Mückchen. Ja, könnte ne Pistazie sein, das stimmt. Oh, nein. Erdbrust. Oh, ich muss nachladen. Ich hab' jetzt nicht O-A-F gegeben. Ah. Mit Uncoming, oder was? Also, in der Art. Oh, Überjockey kommt auch noch. Ja, ich muss hier gewinnen. Oh, guck mal, ich hab' gewonnen. Ernsthaft. Ähm, wir haben den Gnom gewonnen. Was haben wir gewonnen? Den Gnom. Wir haben den Gnom gewonnen? Leute, die dieses Spiel nicht kennen, Achievement, wenn man den Gnom mitmunt. Wo muss man ihn denn hinbringen? Durch die ganze Map. Durch die ganze Map? Habt ihr das Achievement? Ich glaube, ich hab' auch, aber ich bin mir nicht sicher. Gut, ich probier's mal. Okay. Smoker? Ah, hier ist Moka, ja. Wo bist du? Ah, da ist er. Ah, ja, gut. Ja, in die Karten, war klar. Ah, da kommt er vom Dach geteilt. Ach, von da. Sorry. Bumi. Hier ist ein Bumi. Ah, ja. Hallo. Hallo. Die Gitarre schon wieder... Die Gitarren sind irgendwie mit ziemlich ungeil, oder? So was Nahkampf... Er will, ich mag die auch nicht, muss ich sagen. So was Nahkampfwaffen angeht, die sind zwar ganz witzig. Hier oben ist ne Axt, wenn du eine willst. Oh, das wollte ich eigentlich nicht tun. Oh, trotzdem, hier, hier. Willst du ne Axt? Äh, ja, ach, warte, da bist du. Hier. Ja, die nehme ich. Verachsen. Na, ist es soweit? Erfmann, Smoker. Ah, der, 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 ist er auf dem Dach. Hätt ich dir nicht sagen sollen. Warte. Alice, na klar, Alice. Ach, Alice hat nen Sniper, deswegen ging das so gut. Ich hör'n Quietsche, Quietsche-Clone. Irgendwo muss hier ein Hunter sein, haben die Leute gesagt. Oh. Oh ja, da ist er. Ja, natürlich, Nick. Ja, ich hab da nen Arm wegge... Jetzt mal... Richie. Ja, die hör' ich auch. Ach, da ist sie. Glaubst du, dass es Nahkampfwaffen ist? Ich hab' die Witch aufgeschreckt. Aber, hä? Aber sie geht auf mich. Das muss man nicht verstehen. Warum kommt denn jetzt auf einmal Incoming? Oh nein, Charry! Aua. Ich hab' aber auch heute kein Glück mit den Special-Infizierten. Das ist echt übel. Äh, was sagst du mir mit der Witch? Das sagst du mir, der die erste Witch auf sich hatte. Ich hab' den Popcorn verdrücken. Oh, dann müssen wir uns wieder weg. Oh. Ich mein' den Jockey hab' ich auch schon gehört. Lade n' n' n! Molotov! Molotov! Hallo, Mr. Gnom! Ist alles verständlich? Ich hab' die, die, das Achievement auf keinen Fall. Hm, hm. Hm. Apfel-Tach. Oh! Ich... Katana? Yes! Äh, hier ist ein Tänke, glaub' ich. Äh, hier ein... Ja, ein Tänke. Hier draußen kommt erst mal die Tänke an. Äh, ich renne rein und hol' ihn raus, ja? Äh, ja, warte mal. Hier nehmen, das ist für dich. Ähm, ihr müsst hier langen, das müsst ihr, oder? Nein, das weiß ich nicht. Hier ist der Weg zum Safe House. Ich bin dir einfach gefolgt, ich dachte, du wüsstest, wo's lang geht. Ich hab' mich schon gewundert. Wer hier? Den würde ich heimsuchen, wie die Zombies uns. Komm, Hut ihn raus! Tänke! Ah, scheiße, ich hab' was angezündet. Oh nein, warum mich? Warum mich und warum er lief ins Feuer? Was haben die Leute heut' mit mir? Nur, weil ich den Gnom mit mir mitnehme. Hey, wir müssen hier hoch. Wir haben einen Splitter irgendwo. Ne, ist ein Smoker. Boomer, Boomer! Tänke! Alter! Hilfe! Oh Gott! Aua! Ich geh' nach unten. Alle sind unten. Ja, ich weiß. Hab' ihr schon gemerkt, dass ich hier auf verlorenen Posten stehe? Das tut's. Oh Gott! Oh Gott! Das ist gut gemacht. Er hat überlebt. Boah! Das war ja vielleicht verrückt. Wo hab' ich meinen Gnom hin? Der liegt hier hinten. Boah! Aber geht schon. Hier! Hier hinten. Ah! Gut, Gnomi, Gnomi Macaroni, aber ich glaube, ich habe es bisher noch nie erlebt, dass der Tank so spät auf der Map kommt. Doch, ich hatte das schon voll oft, dass er da durch die Treppe kam und so, also durch diese Leiter da. Ja, da oben, Hanty, Bunty. Yes, ich habe mir auch gerade gehört. Und Jocko ist ja auch irgendwo. So, einmal mal reinhalten, das wird schon. Ach, scheiße, das war Nick. Ja, sorry, was soll ich denn wissen, du bist halt hässlich. Fuck it. Hi, Freunde. Hi. Hier ist Moni. Oh, das ist gut. So, die liegt aber auch ein bisschen kruppelig da. Also, ich werde mich mal mit Pillen vollpumpen, ne? Ja. Okay, das gibt wieder Kraft. Oh, nein, ich weiß, was gut kommt. Ach ja, und da musst du den durchbringen, stimmt ja. Deshalb bin ich da tatsächlich sehr häufig gescheitert. Durch dieses komische Renn-Dings. Ja. Über die Achterbahn. Ich schmeiß den mal erst mal runter. Wir machen erst mal dafür. Ach so, ja gut. Da kommt gleich ein Chargé um die Ecke. Natürlich nicht. Smoky? Ah, er steht in dem Rad. Keine Ahnung. Der Smoky. Ach da. Ich seh den nicht. Ich muss runter. Smoky. Na ja, gut, du hast den. Traun, geh weg. Fahrgäste müssen so groß sein. Okay, soll ich hier mal anmachen? Sind da zumindest keine Jockeys drin? Ja. Dann gehst du gleich los. Okay, also keine Jockeys. Das ist gut. Scheiße, mach das Ding krass. Ich laufe einfach mit, ne? Ja. Ich laufe einfach mit und hoffe aufs Beste. Dupidupidu. Oh, hier ist die Witch. Oh, ich bin einer Witch-Mobbein. So, ist aus. Sehr gut. Alice hat die Witch aufgeschreckt. Ach, blöden. Warum ist sie jetzt auf mir? Was habe ich denn nur heute mit Special Infected? Ich schlachte mit meinem Heladil durch, dann hol ich euch gleich. Hältst du es noch niemand geholt hat? Nee, ich stehe wieder. Das ist doch Kotze hier mit den Special Infected. Hallo, das Karussell ist doch aus. Hört auf hier zu spawnen, ihr Penner. Ja. Ja, der Liebestunnel. Oh, Hunter. Oh ja, der ist liebesbedürftig. Sag doch, der ist liebesbedürftig. Drecksack. Da kommt noch ein liebesbedürftiger. Schutzraum. Alle in den Liebestunnel. Wie gibt es den liebesbedürftigen? Liebestunnel. Alter, das ist doch ein Riesenteil. Alter. Mach dir mal durch. Alter. Alter. Hey, wir haben gesagt, die selber Anzahl an. Zombies gekillt. Guck dir das an, mein Kampf gegen den Tank. Oh ja. Ja, okay. Hast du aber auch verdient. So. Witchjäger. Ich. Haha. Hey, aber ganz ehrlich. Alice hat die Witch aufgeschreckt und auf einmal hockt sie auf mir. Hier. Ich. Ich weiß nicht, was das ist. Warum ich so viel Pech habe heute mit den Specials. Sieht aus, als müssten wir durch den Liebestunnel. Leute, bleibt dicht bei mir. Sieht so aus, als müssten wir durch den Liebestunnel. Und der ist closed. Nee, das ist ein Klosett. Das benutzen Opterlose als Toilette. Geht's los? Deswegen heißt der so. Ach so. Oh, oh, ja. Ich riech schon. Ja, ne? Früher hatte ich ein paar Poster. Sie hätten in diesem Licht toll ausgesehen. Hallo, Freunde. Eigentlich haben wir geschlossen. Au, was schnutzen. Hier mit hier. Au, was schnutzen kriegt er. Ihr habt was gegen die Liebe. Dann habe ich was gegen euch. Au. Wo ist mein Gnome? Da ist mein Gnome. Ich versteck mich. Hinter diesem Clown. Oh, Splitty. Ja, und ein Hunter sitzt da auch, glaube ich, mit dem. Da kommt ne Boomerette. In ne Boomerette? Ja, da. Toll. Du sagst doch, da kommt ne Boomerette. Ich hab sie nicht gesehen. Dann war sie in meinem Gesicht. Du meinst, ihre Eingeweide warnt. Äh, ich hab den Hunter zu tun. Ja, ja. Das ist schön. Gut, dass du ihn entdeckt hast. Lass den Scheiß. Aua, und jetzt hast du mich noch mit dem Katana angeschnitzt. Das war ich nehm da. Oder der nicht. Oder überhaupt irgendwen. Lissi hat mich mit dem Katana angeschnitzt. Sie dich hat erwischt. Halt still. Doch, Nick. Lass das. Nick befrummelt mich. Na ja, es ist auch der Liebestunnel. Was erwartest du, was hier passiert? Ähm, nicht, dass Nick mich befrummelt. Ah. Oh, der Gnom hat's geregelt. Der Gnom hat was geregelt? Der Gnom hat hier ein Lüftungsgitter aufgesprengt. Der Gnom war's. Auf hier lang. Aber hier ist Muni. Okay. Hallo. Hallo. Da ist schon wieder ne Boomer. Und ein Jockel und ein Charit. Eigentlich alles. Aua. Nick hat mein Jockeykill und der Charter ist jetzt wieder auf mir. Ich wusste übrigens nie, wo man den Gnom hier auf dem Appare bekommt. Soll ich das einfach mal eingestellt? Was? Ja, ich hab das Spiel mitgemacht, weil's einfach witzig war. Ich glaube, sonst hab ich das nie gemacht. Nee. Da unten brauch ich mich nicht einzumischen. Hier liegt ne Leiche drin. Im Schwan. Bei mir nicht. Lade nach! Ich will eine Witch heulen. Schon wieder! Ich kann ja sich wieder auf mich setzen. Ich bin eine Witch-Icheule. Ich hab ein schweres Leben hinter mir. Lade nach! Na, wo ist das schwere Leben? Oh nein, das ist gleich um der Ecke. Wir haben auch keine Granaten mehr. Ah ja, da kam ein Splitter aus der Ecke. Du musst da weg. Oh, günstig! Und die Alte sitzt da hinter der Ecke. Oh nein! Naja, aber was soll ich denn tun? Irgendwie jemand muss die wegmachen. Hi. Hier kam gerade ein Jockey raus. Das war die Sache. Okay, danke. Ach, weißt du was? Ja, der Boomer da. Danke, der Animo. Hey, Boomer-Tante. Wehe ich denn nicht? Ich geh mal eben wo in der Ecke. Jo. Ich geh mal in der Ecke. Hier geht weg von meinem Gnom! Das ist mein Gnom. Wir wollen auch ja nur dein Gnom. Ah, hier liegen auch Tote drin. Klingt übrigens sehr falsch, dass alle nur mein Gnom wollen. Was? Das wird helfen. Das ist das erste Mal, dass ich möglichst früh aus diesem Tunnel raus will. Ah! Ähm, hallo. Hab's gefunden! Smoker's tot, Charger's tot. Sehr gut. Braucht mich da nicht, ne? Hö, warte, ne? Wieso? Ne, ach ne. So generell. Ich komm an und alles ist schon tot. Das wäre einfach nur so generell gesprochen. Ach so, ich meine hier waren noch Sachen drin. Ne, doch nicht. Ich hör uns bitte. Oh, ich seh'n Hunter. Oh, ja, ne seh'n Hunter. Aua! Aua! Was soll das? Ich hab' geschossen und du bist losgelaufen. Kann ich dafür. Aua. Das hilft weiter. Der Hunter wenigstens ist tot. Das hilft. Ne, der lebt noch. Der springt da noch fröhlich rum. Jetzt nicht mehr. Ich wollte grad sagen, wenigstens hat Louis dein Kill. Danke. Okay, ähm, ich würd' dich... Also du solltest dich jetzt heilen. Wir müssen die Militär nicht schnell rennen. Ja, ja, ich hab' gerade Pillen genommen, aber... Oh, das tut gut. Die Achterbahn. Let's go. Die muss dich auf die Entfernung ausschalten. Irgendwo ist'n Jockel. Wir sollten den Jockel ausschalten, bevor wir da reingehen. Weil sonst da ist er. Oh, ja. Ich hab' gefunden. Genau. Dann würde ich sagen, können wir jetzt. Ja. Ich hefte mich einfach bei dir an den Po. Ja, ich fall' generell hier gerne runter. Also... Solltest du... Und dann vielleicht auch nicht bei mir an den Po. Scheiße, Smoker. So. Also... Renne, 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 renne... Immer weiter. Oh, da fliegt die... Ja, ich hab' ihr auch gesehen. Das war ja geil. Das ist ja sehr witzig. Oh, da fliegt die nächste. Yay. Die werden wahrscheinlich von der, von der Bahn mitgenommen. Ja, sehrật. Immer auf den Schienenseisen. Dann kommt ihr hier durch. So. Der Charger wurde auch erlegt von der Bahn. Ja. Ja. Charger wurde von Bahn gekillt. Ja, du stehst demnächst in den Nachrichten. Wo bist du? Direkt hinter dir. Einfach weiterlaufen. Du hast mich gerade geschlagen. Danke übrigens. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Warte mal, wir müssen hier hoch. Nein! Da gibt es die Kombi hoch. Oh, Mann darfst du. Hab ihn. Nein, 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 nein. Smoky. Jetzt werden die hier mal weiter rennen müssen. Ich weiß es gerade nicht. Also die Pfeile gehen hier in die Richtung. Und wir müssen hier eigentlich hier oben rein. Da haben wir das Ding. Wie gesagt, die Pfeile gehen hier über das Ding drüber. Da ist noch einer und ein Schlitter ist da oben auch. Oh Gott. Oh, ich krieg mein Genom nicht. Ah, ich hab mein Genom. Ja, du hast recht, wäre hier oben. Deswegen muss man noch ein Stück. Hi, Spitty. Scheiße. Du bist da drüben auf dich allein gestellt. Ich weiß, alles gut. Ich bin gleich da. Okay, wir können. Aber ich bin auf einmal langsam. Aber, Hunter auf mir. Gott sei Dank. Gott sei Dank? Ein Hunter aufgehend? Nee, Gott sei Dank sind die Idioten bei mir. Alles konnte direkt runterziehen. Da. Nein. Da ist ein Jockel. Vorsicht, Schatz. Jockel. Nein. Mein Gnom. Nein, das war's. Mein Gnom ist runtergefallen. Wir können nochmal zurück. Ja, ich brauche mein Gnom. Wir gingen so aus, also. Nur mal so. So. Blöden Fiete-Gnome, ne? Dass sie die andere einziehen, ne? Tuti-dut-di-du. Tuti-da-la-la. Hi, Gnom. Ich hab dich. Keine Sorge. Du brauchst keine Angst zu haben. Du hast dein Gnom. Ja. Ja, aber ich hör was grummeln. Was meinst du mit grummeln? Ich meinte, ich dächt, das war ein Hunter, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Dann beschütze ich dich jetzt vor ihm. So, hier ist irgendwo ein Brandmoni. Ach, da aber. Warte. Nee, nee, nee. Wir gehen da einfach in das Feld. Nee, ich nehm die mit. Ich hab eh kein Medikit. Oh. Smoker. Oh, ich werd reingezogen. Komm mal. Komm schon. So. Ich tanze auf deiner Leiche. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Oh, deine Leiche tanzt. Da ist keine Leiche. Komm rein. Du bildest dir wieder Sachen ein. Okay, dann halt nicht. Ah. Ah. Die ganze Zeit diesen scheiß Gnobel rubschleppen, ey. Wer hat sich das denn ausgedacht? Das ist ne gute Frage. Ja, ja. Dieser Gnom. Aber komm, die Folge wär doch viel langweiliger, wenn wir die normal spielen würden, oder? So ein bisschen eine Herausforderung. Hier mit Gnom und mit Tank fast alleine besiegen. Ja, so macht man das. Und mit alle Special-Infizierten hüpfen auf mich. So. So. So, und dein Gnom. Ich würd mich erstmal gerade heilen wollen. Äh, ich stell erstmal hier Brand-Muni auf. So, dann nehmen wir das mit und das mit und das mit. So, Alice, du behältst bitte dein Medikit. Und dein Gnom? Mein Gnom nehme ich sofort. So. Ich bin soweit. Ja? Ja. Okay. Das kann losgehen. Warte, ich verarschte dich. Alice verarscht erstmal jemanden. Ja, das kann er so gut sein. Alice hat Nick verarscht. Oh Gott, hier brennt. Ich bin mitten drin. Ach, da war ein Clown, deswegen. Ich bin überall diese Flögen-Clowns. Ein Elefnand. Geh mit mich. Hier, geh mit mich mit. Kann man den mitnehmen? Nein, leider nicht. Oh Gott. Oh, Smoky. Oh, scheiße. Danke. Ich würde sagen, gern geschehen, aber ich habe ja mal wieder nichts gemacht. Ah, da, da rennt er rum. Der Jockel? Ja, okay. Ja, und er brennt auf mir. Toll. Hat er wunderbar gemacht. Du hast deinen Freund. Ich habe meinen Freund und hier kommt gleich ein Hunter. Ah, da. Wow, der arme Hunter. Voll den Headshot kassiert. Hallo, hier unten. Ich habe den Gnom. Gerechnung, richtige Gerechnung, richtige Gerechnung. Ich verstehe es nicht. Deutsch, Englisch, Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch. Oh, sorry, Englisch. Wieder? Das sind aber viele Bitches. Ah, ja, ich höre sie. Schatz, du weißt, dass wir gerade Probleme haben mit Smoker und Jockey und allem drum und auf dem Incoming. Tank. Neun. Hier rin. Hier rin. Hier rin. Hier rin. Ja, ist in Ordnung. Oh nein, hier ist ein Tank. Ja, du hörst den Eselchen, das Eselchen. Ja. Ach, ich hole ihn mal. Sorg den Stall. Hallo. Tanky boy. Ach, keine Ahnung, wo der ist. Ich hole meinen Gnom mal eben. Vielleicht auf dem Dach. Auf dem Dach hatte ich den hier auch schon mal. Aber wie kommt man denn hier nochmal, ah, da. Naja, hier ist nix. Hier ist einmal Pillen. Oh ja, Pillen. Ja, okay. Au. Au. Band gerissen. Das ist bitter. Ach ja, hier ist der. Durch die Tür. Ja. Immer noch nicht. Komm, genommen. Wer ist draußen und dann geht's aufs Dach. Wir können über die Dächer. Wir können über die Dächer. Ah, hier ist Morgi, ne? Foto. Oder Freund. Wir haben Gäste. Nein. Ernsthaft? Mann, warum jetzt nachladen? Ich hab nicht drauf geguckt, Schatz. Weißt du, du musst mir meinen Gnom mal mitbringen, wenn du nach oben bist. Dankeschön. Hallo. Wie der Gnom plötzlich geflogen kam. Lass er den Gnom fliegen. Wo ist er? Ah, ist das Pitti. Gnom, nein! Komm, denkst du, du, Rikki, boah. Granate! Gnam, doch, wo gibt's? Ja, ja. Oh, ja, gut. Ich dachte, wenigstens, ich mach mich ein bisschen nützlich. Wo bist du, Teng? Ich hör dich die ganze Zeit. Ich hab ihn aber jetzt auch schon ein-, ein-, zweimal, äh, machen hören. Oh, warte mal. Wie das Morka? Hier. Da ist er, da kommt er. Nein, ich hab ihn auch gottseidank. Ja, das hatte ich nicht. Oh, gar nicht. Ja. Ja, fertig sind. Hier ist auch noch ein Hunter. Nee, gerade ist oben drauf. Das, äh, war jetzt nicht so. Das hat irgendwie gut geklappt, würde ich sagen. So, wir müssen da bloß durch, das ist das Problem. Ja. Ah, das Tor mit war auf. Ich hör was Gloomiges. Please, open up. Ich mach's Tor auf. Ich mach's Tor auf. Ja, äh, geh da mal weg. Und ja, ich mach ganz viele Freunde. So. Gablamo! Gablamo! Gnome ist noch da. Tralalalala. Sollte es sein. Sollte es sein. So. Da hinten kommt ein Glück da. Hör! Lass mich mal hier durch. Oh nein, Hunter. Hunter, fit o' nie. Oh. Okay. Okay. Scheiße. Okay, die Boomer-Scheiße muss erst mal weg. Ja, ich probier mich vor, nicht zu stellen. Nee, alles gut. Ich hab den nochmal abgelegt. Und, und selbst nur drauf geschnitzelt. So, ich bin mit dabei. Bei mir bist du noch gelb. Ja, vielleicht gelber, aber ich seh wieder. Flitter ist hier oben. Ja, ich seh ihn. Oh Gott. Lass den Scheiß! Hör mir mal, ich seh die Traum jetzt. Na, ne, oh Hunter. So, Hunter down. Hunter! Noch einer? Ah, ne, Charger. Ne, da. Oh. Oh Gott, hab ich Glück. Ich wäre sowas drum drin. Der Gnom ist da irgendwo. Kannst du meinen Gnom mitbringen? Nein. Ich hab' den Charger. Warte. Ja, ich bin gar nicht mehr. Weil ich nicht gerettet habe. Ich kann nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Ab in den Schutzraum, Leute. Ich komm' hier gerade. Nicht mal durch. Hast du deinen... Ja, der Gnom ist im Schutzraum. Komm rein und mach direkt zu. Geht nicht! Geht nicht! Geht nicht! Geht nicht! So, machen wir das. Boah, ey. Leben haben wir Grund. Der Gnom ist weg. Ich hatte ihn nicht in der Hand gehabt. Er ist echt gedespawnt. No way! Ich wollte mich... Alter! Fick dich doch! Nur weil man ihn nicht in der Hand hatte. Okay, das wusste ich nicht. Boah, fuck off! Sonst hätte ich nicht versucht, mich zu heilen. Das ist ja jetzt scheiße. Jetzt... Ah! Gut, dann ist das wohl so. Dafür müsst ihr alle leiden! Jetzt bin ich sauer! Wir gehen zu den Midnight-Riders. Weil ich dann nur die Karten da bin. Scheiß Zombies, mein Gnom. Ich hole euch alle vom Klo. Und aus der Kantine auch noch. Äh, wartet ihr auf mich? Jetzt full Börse. Ist alles egal. Ich will zu den Midnight-Riders. Wer ist auf dem Klo? Sind die Midnight-Riders vielleicht Gnome? Sonst werde ich sie nicht sehen. Du bist dann sauer, oder? Ja. Also sauer bin ich nicht. Aber ich finde es echt frustrierend, dass wir das Vier jetzt durch vier Level durchgeschleppt haben. Nur damit es jetzt im Safe-Room gespawned ist, weil ich es nicht in der Hand hatte. Wenn ich es wenigstens irgendwo Monster getümmelt verloren hätte oder so, aber einfach, weil es gespawned... Und... Midnight-Riders, denken Sie, ähm... Midnight-Riders, vor allem... Okay. Oh, warte, die Dinger will ich erst mal verteilen. Ja, wie gesagt, einfach weil es despawned, finde ich... Finde ich enorm schade. Dann packen wir so ein Ding hin. Und eins packen wir irgendwo hier so hin. Gab's hier nicht irgendwo Visiere? Ich meine, auf der Bühne. Und das packen wir da hin. So. Da ist ein Tefi. Hier ist Adrenalin. Ah, das nehme ich auch mit. Hier sind noch Pillen. Also hier sind keine. Schade. Na ja, gut, dann schnapp ich mir eine Pille und dann sag ich mal Bescheid. Oder willst du... Warte mal, warte mal, warte mal. Ich, ich... Erinnere mich, glaube ich, gerade an etwas. Was da wäre? Hier ist ein Defi. Hier auf diesem Tür... Ne, ich weiß immer noch was. Hier ist auch noch ein Defi. Hier ist nur ein Molly. Ja, hier auch. Okay, kannst anmachen. Ah, nö, mach du. Aber ich, ich wollte von hier aus dann den Molly werfen. Nö, ich bin jetzt weg. Ich bin zunehmen. Ich bin... Ich bin demotiviert. Licht an! Molotov! Na komm, bist du des? Yes, I'm in. Fertig. Und ein Very frustriert. Da geht das Licht an! Starten sie das Rock-Konzert. Molotov! Molotov! Brack! Molotov, brack! Let's start it! It's gonna be good! Who do you who do is? Who do you who do? Who do you who do bitch, who? Ich bin die who do you who do bitch. Ah, da hinten kommt ein Smoker. Ich hab den Kno. Verloren. Und das stimmt mich traurig. Nein! Ich bin hier runtergefallen. Das war sehr ungünstig, vor allen Dingen, weil ich da nicht wirklich was geschafft habe. Den Schmockel habe ich. Nein! Oh no! Ja! Ja, ich bin kein Ton. Da oben war dann anscheinend doch eine Scheißidee. Ich wollte nur den Molly holen. Ist das Käse? Also du solltest mit hier runterkommen, ja? Ja, ich wollte ja nur den Molly holen. Und dann wollte ich den hier runter. So. Weißt du, und dann bringe ich mich. Weißt du, und dann bringe ich mich raus. Hey, Leute. Jetzt aber Schluss hier mit lustig. Ihr seid nämlich nicht lustig. Nein, ihr seid nicht lustig. Nee, nicht. Irgendwo, äh, sind Dinge. Bin ich eigentlich schon so angehittet? Wahrscheinlich, weil du mich retten wolltest. Oh, ich brenne. Huh! So. Schmogel ist weg. Ja, die Pillen hier sind auch schon weg. Geht es nicht mal Zeit für Tink Nummer 1? Ja. Da ist ein Hunter. Da ist ein Hunter. Da kommt unten Jockey. Der Hunter ist von da irgendwo. Da ist ich von hinten. Mach erstmal, mach erstmal Jockel weg. Ah! Wo ist Tanki Online? Da hinten ist Tanki Online. Wo? Äh, von links. Wenn du auf der Hühne stehst, links. Warte. Da kommt doch knapp ein Splitter. Natürlich hat Allison Splitter auf einmal getötet. Ja, der kann noch. Entschuldigung. Denk ist down. Floin! Hehehehe. Hehehehe. Wart? Molotov! Molotov! Molotov, komm ruhig! Oh! Der Smoker auf der Bühne. Ja, der wollte auch seinen großen Aufstieg. Ah, da hinten kommen sie. Warte mal. Naja, ne, du musst nicht warten, aber... Ich denke, die können wir schon benutzen. Ah, da kommt ein Splitty. Ja, hab ich schon gesehen. Weg. Ne, aber du hast ihn gekillt, aber es ist trotzdem weg. Weck ich weg? Ja. Dadurch, dass ich die meiste Zeit den Scheiß genommen hatte, habe ich sowieso so wenig Special Kills. Da muss ich mich dieses Mal nicht drum streiten, wer die Kills kriegt. War das? Oh, sehr gut. Wir sind dann schon neben mir. Was passiert eigentlich? Ist das hier wie eine Bombe? Ah, okay. Ey! Ich muss mich erst mal hier, Leute. Ja, ist in Ordnung. Der Charter brüttelt auf Alice ein. Naja, das ist wohl Alice ein Problem. Oh, dann sind wir noch ein Smokey. Boah, das ist aber laut. Meine Güte. So, Alice steht immer noch nicht. Jetzt aber langsam. Können wir Alice mal Hunter hinter dir? Erstmal sie Hunter dir. Aua. Oh Gott. Oh, ich jetzt brenne. Irgendwo kommt ein... Tada. Da hinten. Aua. Ich habe voll den Stein abgekriegt. Tank setzt den Steinnagel ein. Jemand wird von der Bühne gefallen. Hat er das nicht? Ich hoffe, er rennt dann durch. Ja, tut er. Und der Weg ist mir auch da. Boah, Bruder. Das ist meine Ome Red. Ach so, da. Tanky? Ach, da oben. Ey! Charter! Scheiße. Ich habe gerade voll nicht verstanden, was passiert ist. Bam, bam, bam. Da kommt der Eli. Ich wollte mich gerade erst mal halten. Und noch ein Tanky. Voll. Das war jetzt unnüssen. Ich bin gerade beim Hal. Hallo, du. Ich schmeiße dir erst mal was in den Weg. Schatzi, wo bist du? Der Heli. Ich hatte irgendwie einen Kopfkitzel auf der anderen Seite. Äh, komm rein. Ist du da? Ich bin immer der Weg, Borde. Ja, komm rein. Lass mir Alice zurück. Ja, niemand braucht Alice. Da lebt man nur Tür an Tür mit. Wuii. Ist er alles reingekommen? Ah, wie schön der Tank noch brutzelt. Ach, das ist wie Weihnachten. Ja, alle stehen um den Tannenbaum rum. Alle stehen um den Tank rum. Die Überlebenden konnten fliehen. Und der Gnome nicht. In Gedenken an den Kronen. Ja, traurig. So, Leute. Das wär's für heute. Ich bin sehr traurig, dass der Gnome gespawnt ist. Muss ich wirklich sagen. Ich bin sehr, sehr traurig. Aber... Ich kann's verstehen. Das war echt traurig. Also echt. Wenn er auf der Achterbahn draufgegangen wäre. Oder als man das Karussell ausschalten musste. Wenn er vom Dach gefallen wäre. Und wir ihn nicht wieder zurückbekommen hätten. Weil sie vielleicht schon zu weit ist, wo sie ihn mir dahinter hergeschmissen hat. Oder sonstiges. Oder wir ihn in dem letzten Incoming verloren hätten. Wo Alice lag und Lizzie dann auch noch den Charger auf sich hatte. Oder was das auch immer war. Wenn's da passiert wäre, dann wär's halt so. Das wär doof gewesen, aber dann wär's halt so. Aber ihn einfach despawnen zu lassen. Nur weil man ihn nicht in der Hand hatte. 2026 Zombies wurden bei dieser Filmproduktion verletzt. Heftig. Also das war auch eine lange Map. Ich muss sagen, mir macht der Dark Carnival hier immer ziemlich viel Spaß. Mir auch. Aber das ist immer noch nicht meine Lieblingsmap gewesen. Ich glaub, dein Lieblingsmap kommt jetzt als nächstes. Der Sumpf, ne? Ja. Juti. Dann, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Mal auf Lizzys Lieblingsmap wieder. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Bis dahin. Tschuhu. Und denk, du war die Gnob. Das war's für heute.